Der heutige Sports Flash in Grün zum prestigestrittigsten Golfturnier der Welt, der Masters, welches in diesem Jahr wieder vom 6. bis 9. April im Orchester National Golf Club im US-Bundesstaat Georgia stattfindet. Fünf Fakten. Preisgeld. 11,5 Millionen Dollar werden insgesamt an das Teilnehmerfeld ausgeschüttet. Der Sieger erhält 2 Millionen. Rekordchampion. Mit sechs Siegen. 63, 65, 66, 72, 75 und 86 ist Jack Nicklaus, der ewige Masters-Rekordhalter. Titelverteidiger. Der US-Amerikaner Scotty Scheffler, der zum ersten Mal das grünische Kett des Siegers letztes Jahr überziehen durfte. Branding. Zu den globalen Partnern des Turniers zählen IBM, Mercedes und AT&T, welche jedoch nur sehr dezent auftreten und kolportierte 18 Millionen Dollar pro Jahr zahlen. Teilnehmer. Als erstes Major-Turnier erlaubte Masters auch Lift-Golfern die Teilnahme. Darunter unter anderem Dustin Johnson, Sergio Garcia und Phil Mickelson. Das Masters ist das globale Golferleid des Jahres. Seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.